Willkommen zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit einer pflanzlichen Alternative zu Omega-3-Fettsäuren aus Fischprodukten. Grundsätzlich können wir manche Nährstoffe aus tierischen Quellen besser verwerten als aus Pflanzen. Der Grund? In Fleisch, Fisch und Co. liegen sie oft in einer für uns leichter verwertbaren Form vor. Andererseits finden wir viele lebenswichtige Nährstoffe wie Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, hauptsächlich oder sogar ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln. Bei Omega-3-Fettsäuren ist die Sache etwas komplexer. Zwar sind sie auch in Tieren enthalten, werden aber überwiegend von Pflanzen wie Algen produziert. Die Omega-3-Fettsäuren in fetten Kaltwasserfisch beispielsweise stammen größtenteils von den Algen, die die Fische zuvor gefressen haben. Die Algen sind in diesem Fall die primären Produzenten. Aber nicht nur Algen bieten Omega-3-Fettsäuren, sondern auch andere pflanzliche Lebensmittel wie Leinsamen, Walnüsse, verschiedene andere Nüsse und Samen. Allerdings enthalten sie eine spezifische Form von Omega-3-Fettsäuren, die nicht unseren gesamten Bedarf decken können. Mehr dazu gleich. Übrigens enthalten auch Süßwasserfische Omega-3-Fettsäuren jedoch deutlich weniger als ihre Verwandten aus kalten Meeresgebieten. Der Grund dafür liegt scheinbar in den niedrigeren Temperaturen der Meere. Die Kaltwasserfische lagern da offenbar mehr dieser Fette in ihrem Körper ein, um sich besser an die kälteren Bedingungen anzupassen. Doch was sind Omega-3-Fettsäuren überhaupt? Es sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Daher müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen. Sie sind für uns essentiell. Omega-3-Fettsäuren übernehmen im Körper viele lebenswichtige Funktionen. Sie sind wichtige Bestandteile von Zellmembranen und tragen zur Regulierung von Entzündungsprozessen bei. Studien zeigen, dass sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall senken können, indem sie den Blutdruck und den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Außerdem deuten Forschungen darauf hin, dass Omega-3-Fettsäuren möglicherweise vor bestimmten Krebsarten wie Brust- und Darmkrebs schützen und das Diabetesrisiko verringern. Sie werden auch mit einer verbesserten Gehirnfunktion und einem geringeren Risiko für Depressionen und kognitive Beeinträchtigungen im Alter in Verbindung gebracht. Von den verschiedenen Omega-3-Fettsäuren sind Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA, sowie die langkettigen Eicosapentaensäure oder auch EPA und Docosahexaensäure, abgekürzt DHA, besonders wichtig für unsere Gesundheit. EPA und DHA sind vor allem in Fisch, Algen und Meeresfrüchten zu finden, während ALA in pflanzlichen Ölen wie Leinsamen, Walnuss und Samen vorkommt. Lassen Sie uns nun über die anfänglich erwähnten Einschränkungen sprechen, warum wir unseren vollständigen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren nicht allein durch ALA-haltige pflanzliche Lebensmittel decken können. Unser Körper kann zwar ALA, das in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist, begrenzt in die aktiven Formen EPA und DHA umwandeln, jedoch ist dieser Prozess relativ ineffizient. Lediglich etwa 5 bis 10 Prozent der aufgenommenen ALA werden tatsächlich zu EPA und DHA umgewandelt. Daher können ALA-haltige Lebensmittel wie Leinsamen, Walnüsse oder Rapsöl unseren Gesamtbedarf an Omega-3-Fettsäuren nicht vollständig decken. Damit wir ausreichend EPA und DHA aufnehmen, ist es also wichtig, dass wir diese beiden lebenswichtigen Omega-3-Formen direkt über die Nahrung zu uns nehmen. Normalerweise decken wir unseren Bedarf hauptsächlich über Fisch und Meeresfrüchte. Für Veganer oder Leute, die keinen Fisch essen, kann das eine Herausforderung sein. Zum Glück gibt es die bereits erwähnte pflanzliche Alternative. Meeresalgen Studien zeigen, dass viele Algenarten wie Braun- und Rotalgen sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind, vor allem an EPA. Bei der Braunalge Fuccus vesiculosus wurden besonders hohe EPA-Werte gemessen. Solche Algen könnten also eine tolle vegane Omega-3-Quelle sein. Aber reichen die Algen Omega-3-Fettsäuren aus, um unseren Bedarf zu decken? Forschungen deuten darauf hin, dass manche Arten durchaus beträchtliche Mengen an EPA, DHA und der dritten wichtigen Omega-3-Fettsäure ALA liefern können. Die EPA- und DHA-Gehalte in manchen Algen kommen teils nah an Fischöle heran. Allerdings ist noch unklar, wie gut unser Körper die Omega-3-Fettsäuren aus Algen im Vergleich zu Fischöl aufnehmen und verwerten kann. Hier braucht es weitere Untersuchungen. Insgesamt sind Meeresalgen definitiv eine vielversprechende pflanzliche Omega-3-Quelle. Sie können dazu beitragen, unseren Bedarf an diesen lebenswichtigen Fettsäuren zu decken. Sei es, dass wir Veganer sind oder einfach mehr pflanzliche Nahrungsmittel in unsere Ernährung integrieren möchten. Das war es für die heutige Episode. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie immer wünschen wir allen ein langes, gesundes und glückliches Leben. Bis zum nächsten Mal.